Geht bitte zu CZN Buraks Burgerladen. Wie viele von euch mitbekommen haben, hat er auch unter unserem Video kommentiert. Was für ein Zufall. In seiner Story habe ich auch gesehen, dass er gerade sogar in dem Burgerladen ist. Ich mache mich schneller auf den Weg. Vielleicht treffen wir ihn auch. Let's go. Ab ins Taxi. Der Burgerladen soll in der Dubai Mall sein. Da sind wir jetzt. Schaut mal, ich habe ihn gefunden. Das ist die Speisekarte hier. Freunde, es ist unglaublich. Burak kann zwar nicht hier sein, aber er hat telefoniert mit uns. Und er hat uns eingeladen in seinem Restaurant. Burak, ich küsse dein Herz. Das hat uns Burak empfohlen. Zwei Smoothies. Einen Chicken Burger und einen Beef Burger. Mega. Wohin? Als nächstes.